Wir haben ja heute schon viel gehört über KI, über die Technologie, über Regulatorik, auch in Interaktion Mensch mit KI im Sinne eines Roboters, den wir heute auch hier hatten. Und jetzt geht es um die Arbeitswelt. Und in der Arbeitswelt werden Roboter zukünftig wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken sein. Trotzdem geht es auch immer noch über den Menschen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir heute auch nochmal über den Menschen reden wollen und nicht nur über die Technologie dahinter. Und ich freue mich, dass jetzt hier mit mir auch noch Dr. Astrid Petersen sitzt. Sie ist Mitglied des Vorstandes und Arbeitsdirektorin beim TÜV Nord Group. Und das Thema ist KI und Arbeit. Wer steuert die Arbeitswelt von morgen? Und vielleicht einfach mal zum Start Thema Standort Deutschland. Wie können wir einen Standort wie Deutschland attraktiv machen für die KI-Experten, Expertinnen, für die Köpfe, die unsere Zukunft damit beeinflussen werden? Ja, schönen guten Tag. Auch meinerseits ein ganz spannendes Thema. Und vielen Dank auch für die tollen Impulse, Frau Can. Ich denke, dass wir in Deutschland heute eine sehr gute Basis haben. Gerade was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Weil ganz viel an der Entwicklung ist tatsächlich in Deutschland gelaufen. Und auch bei uns in den TÜV-Organisationen sind wir natürlich sehr weit vorne dabei, weil wir einfach, wir hatten eben das Thema autonomes Fahren und sehr früh schon mit dem Thema auseinandersetzen mussten und auch wollten. Und die Veränderung in der Arbeitswelt bedeutet natürlich, dass wir auch anspruchsvolle Jobs, weitere anspruchsvolle Jobs kreieren. Nicht nur an den Hochschulen, die Ausbildung dafür bereitstellen müssen, sondern auch in den Unternehmen. Und ich glaube, das ist einfach der wesentliche Punkt, dass wir anspruchsvolle Arbeit, Aufträge, Angebote haben und international vorne dabei sind, was eben diese Themen angeht. Und das können wir, da können wir einen schönen Beitrag leisten. Ich komme gerne auch nochmal auf konkrete Themen, beispielsweise Thema autonomes Fahren, aber auch in der Medizin ist es natürlich so, dass heute schon eine künstliche Intelligenz viel mehr Daten auswerten kann, weil letztendlich geht es darum, eine große Anzahl Daten auszuwerten und hieraus Analysen abzuleiten, die heute schon auch den Ärzten beispielsweise im Vorfeld einer Operation Unterstützung geben können. Das wäre für mich ein ganz klassisches Beispiel, wo wir sagen, heute ist es schon ganz, ganz spannend. Im Technologischen natürlich sowieso. Ich denke, da kommen wir gleich bestimmt noch drauf. Ich will mich gerne anschließen. Ich glaube auch, dass wir jetzt gerade auch im internationalen Vergleich gut dastehen, was die Entwicklung von KI-Innovationen in Deutschland angeht. Ich glaube, es gibt zwei Baustellen, um die wir uns kümmern müssen. Zum einen ist es das Thema Weiterbildung und Qualifizierung. Das haben Sie ja eben auch schon angedeutet. Es geht darum, neue spannende Jobs zu schaffen, aber es geht natürlich auch darum, die Beschäftigten, die jetzt arbeiten und die vielleicht ohne KI sozusagen groß geworden sind in ihren Betrieben und ihre Ausbildungen gemacht haben, auf dieser Entwicklung auch mitzunehmen und entsprechend auch heranzuführen an diese Technologien. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, ich glaube, wir müssen dafür sorgen, und das meine ich auch damit, wenn ich zum Beispiel von menschenzentrierter oder gemeinwohlorientierter KI sprechen, dass wir versuchen, diese Technologie zum einen wirklich in den Dienst der Menschen zu stellen. Also die KI soll für uns als Menschen arbeiten, nicht andersrum. Und zum anderen, dass wir auch dort, wo es noch Ängste und Befürchtungen gibt und Berührungsängste mit KI, gerade zum Beispiel der medizinische Bereich ist da einer, den man sich anschauen muss, abzubauen. Und das sind, glaube ich, die Baustellen, an denen wir noch weiterarbeiten können. Politik, aber natürlich auch Sozialpartner und die Betriebe. Und dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielleicht muss man auch mal hinschauen, KI ist ja nicht losgelöst von allem. Das ist ja eingebunden in eine industrialisierte, eine technisierte Welt. Und das heißt, KI bedeutet ja immer dann einen großen Vorteil, wenn ich mir gesamte Systeme anschaue und einfache Dinge, die eben sehr gleichartig sind, aber zum komplexen Ganzen gehören, wenn ich die miteinander verknüpfen kann. Und wir haben einen sehr guten Bildungsstand in Deutschland mit unseren Ingenieuren, mit unseren IT-Fachleuten auch. Und das wollen wir ja weiterentwickeln. In diesem Zusammenhang, glaube ich, muss man auch spielerisch mit dem Thema KI umgehen. Also ganz früh schon das Thema Gamification, was kann eine KI eigentlich leisten? Also schon in der Schule, im Kindesalter damit beginnen, aber eben auch im betrieblichen Umfeld, wo wir dazu übergehen, im Augenblick noch ganz viel freiwillig anzubieten. Aber irgendwann wird es auch Teil wirklich der konsequenten Ausbildung werden müssen, ganz klar, weil wir darauf angewiesen sind, dass die Menschen sich selbstverständlich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und auch auskennen. Dass diese Angst, dieses Vertrauen, was Sie eben angesprochen haben, dass das Vertrauen einfach gebildet wird. Wir Transparenz haben, wie funktioniert das eigentlich und wo wollen wir das dann entsprechend auch einsetzen und nutzen für uns und zum Wohle der Menschen nutzen. Von welchen Qualifikationen sprechen wir da? Was werden wir da zukünftig brauchen? Na, das Wichtigste zunächst erstmal ist im Bereich Data Analyst, also wirklich Dinge zu verstehen, zu verstehen, welche Daten sind eigentlich für uns wichtig, wie sind die aufgebaut, was kann ich mit denen machen und natürlich auch Themen wie technischer Natur, medizinischen zum Beispiel, neuronale Netze, auch hier die Verknüpfung mit Mathematik, aber es kommen auch ganz andere Themen auf uns zu, das Thema Führung. Wie verändert sich auch das Führungsverhalten? Welche Soft Skills sind eigentlich erforderlich, auch hier mit diesen Themen einfach umzugehen und eine ganz neue Welt der Arbeit eigentlich zu bilden und zu gründen? Die Frage, die Sie uns gerade gestellt haben, wird mir auch ganz häufig, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen gestellt, wenn man mit denen über neue Technologien spricht und über die Veränderung der Arbeitswelt, dann fragen die, naja, in welche Qualifikationen sollen wir denn unsere Beschäftigten weiterbilden und qualifizieren? Und was wir da als Bundesarbeitsministerium machen können, will ich nur mal kurz als Beispiel nennen, ist, wir haben regionale Zukunftszentren gegründet, die in verschiedenen Bundesländern Akteure vernetzen, aus der betrieblichen Praxis, Sozialpartnern, aber auch die Wissenschaft mit an Bord holen und tatsächlich an ganz konkreten Projekten arbeiten, übrigens auch mit Game-Elementen versuchen, in die Betriebe zu gehen und dort wirklich zu erarbeiten, worum geht es eigentlich, um welche Qualifikationen geht es und die Beschäftigten tatsächlich an dieses Thema heranzuführen. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Staat in diesem Sinne eben auch leisten kann, die Akteure zusammenzuführen und auch zu fördern, dass das auch in kleinen und mittleren Unternehmen tatsächlich in der Praxis ankommt. Ja, und es ist natürlich auch so, dass die Unternehmen, wir haben jetzt eigene Akademien, auch bei uns in den Organisationen, wo wir ganz neu auch lernen, ganz klar in kleinen Einheiten lernen, wo die Menschen auch angehalten werden, wirklich interessiert, zu Zeiten, wo es für sie komfortabel ist, sich eben genau mit diesen Themen mal auseinanderzusetzen und eben auch spielerisch daran geführt zu werden. Und ich denke, dass das wirklich ein Komplettkonzept in der Bildung sein muss, dass dies ein selbstverständliches Element wird. So wie wir digitale Themen, die Digital Natives, die lächeln teilweise, wie ungeschickt wir heute noch immer mit bestimmten Teilen der TV umgehen, einfach so intuitiv, wirklich das Thema KI ist etwas, was unterstützt, etwas ist etwas Gutes, aber es muss natürlich auch reguliert sein, es muss Sicherheitsanforderungen und vor allen Dingen die Privatsphäre der Menschen schützen, sodass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen haben dazu. Jetzt ist es ja auch so, dass eine künstliche Intelligenz auch immer aktuell jedenfalls noch jemand dahintersteht, der das programmiert. In ganz vielen Fällen sind das tatsächlich nicht unbedingt weibliche Programmiererinnen an dieser Stelle. Es sind, genau, auch in dem Sinne, das heißt immer, das Wissen der jeweiligen Person dahinter fließt ja mit ein. Wie können wir sicherstellen, dass Themen wie, oder vielleicht auch die Angst davor, vor Diskriminierung, die dann in der künstlichen Intelligenz ist, in diesem System ist, dass da kein Bias dahinter steht, wie können wir das vielleicht von vornherein schon unterstützen, von der Schule hinweg, über die Universitätssysteme zu schauen, dass wir eine Diversität in die Entwicklerteams auch bekommen? Also vorab will ich mal sagen, dass wir den Gender-Show-Gap, der ja häufig herrscht in diesem Bereich hier, jetzt gerade mal widerlegen. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Aber Sie haben natürlich recht, also Frauen sind immer noch unterrepräsentiert in diesem Bereich. Das sind aus meiner Sicht, führt das zu zwei Problemen. Zum einen ist natürlich eine Unterrepräsentation immer etwas, was sich dann entsprechend fortsetzt, weil männliche Experten zitieren männliche Experten und so weiter. und wir haben dann auch nicht die entsprechenden Rollenvorbilder. Und auf der anderen Seite führt das tatsächlich dazu, dass Datensätze sozusagen auch nicht unbedingt diskriminierungsfrei sind. Gerade wenn jetzt zum Beispiel Frauen nicht an der Entwicklung beteiligt sind, kann das natürlich zu Schwachstellen führen, was KI-Anwendungen anbelangt. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Aber das ist eine vielschichtige Aufgabe, wo alle Beteiligten mit ran müssen und die vor allem wirklich früh anfängt im Bildungssystem mit Rollenvorbildern, mit entsprechenden Angeboten an Praktika, die eben auch divers sozusagen ausgespielt werden und Angebote gemacht werden. Dazu kommt tatsächlich auch, wir haben eine echte Chance. Denn es geht ja nicht nur darum, in der Entwicklung tätig zu sein, sondern auch in der Anwendung. Und gerade in der Anwendung sind es unglaublich viele Frauen, die damit arbeiten werden. Wenn ich tatsächlich jetzt noch mal wieder den medizinischen Bereich oder den Verwaltungsbereich nehme, das heißt, hier können wir viel aktiver werden, hier die Erfahrungen auch aufzunehmen, Rückfluss aufzunehmen und da viel stärker auch das mal zu umgehen, dass wir diese Technologie, Vorbehalte, will ich mal sagen, Feindlichkeit ist es gar nicht, sondern Vorbehalte, dadurch sehr stark auflösen können, dass wir hier transparent informieren und auch gerade schon in der Anwenderschulung viel stärker darauf eingehen, was man mit dieser KI machen kann und wie der Rückfluss dazu ist. Und darüber hinaus sehe ich das schon so, dass wir viel früher, und ich sprach eben schon mal die Schulen an, viel früher, wirklich auch hier mal ohne ein Bias, wirklich ganz klar die technischen Themen auch angehen sollten. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich was verändern in der Art, wie wir auch in den Schulen diese Themen vermitteln, denn das geht ja nicht nur um künstliche Intelligenz, sondern es geht ja tatsächlich um das Thema Technologie und Interesse für Technologie. Und dort würde ich mir schon einen viel stärkeren Impuls auch wünschen, den wir eigentlich auch dann tatsächlich nur über Regierung, über auch hier Regelwerke, Vorgaben machen können, um hier auch die Mädels ein bisschen stärker einzubinden und auch die Vorurteile abzubauen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich teile das, was Frau Dr. Petersen gerade gesagt hat und ich würde gerne ein Beispiel nennen, was wir auf den Weg gebracht haben als Bundesarbeitsministerium, aber auch in Kooperation mit zwei anderen Ressorts, dem Umweltministerium und dem Familienministerium. Wir haben ein Förderprogramm aufgelegt und eine Initiative, nennt sich Civic Coding. Und da geht es genau darum, was Sie eben gesagt haben, nämlich die Technologie-Experten zusammenzubringen mit Anwendungsbereichen. Und hier geht es natürlich um Anwendungsbereiche, die gemeinwohlorientiert sind. Also es geht um soziale Bereiche. Was können wir tun, beispielsweise im Bereich Assistenz für Menschen mit Behinderung, was können wir aber auch im Umweltbereich tun und so weiter und so fort. Und gerade da, das sind natürlich Bereiche, in denen Frauen viel weniger unterrepräsentiert sind, zum Beispiel, als jetzt im Technologie-Bereich. Und deswegen dieses Vernetzen der Akteure, derjenigen, die sich auskennen mit sozialen Fragen und derjenigen, die sich auskennen mit den technologischen Fragen, zusammenzubringen und gute Beispiele aufzuzeigen, wie wir eben auch KI für unsere Gesellschaft im Sinne der Menschen nutzen können. Das ist auch etwas, was diesen Bias aufbrechen kann. Wir haben auch ein ganz schönes Beispiel. Ich war vorgestern in einer unserer Pflegeschulen und ich war total beeindruckt, was hier tatsächlich schon mit Virtual Reality und KI tatsächlich unterrichtet wird. Und ganz normal, 80 Prozent waren Frauen, die waren so begeistert dabei und so interessiert. Es war unglaublich spannend, wie spielerisch, wie selbstverständlich dort auch mit diesen Technologien dann umgegangen wird. Deswegen glaube ich, das ist eine tolle Initiative und wir unterstützen das auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel über Frauen auch gesprochen, aber auch grundsätzlich Thema Diversität natürlich in alle Richtungen. Das ist spannend in dem Sinne. Da kann vielleicht auch dann doch eine Norm, ein Standard, eine Regulierung helfen, sowas sicherzustellen, vielleicht auch zu testen, dass ich als Verbraucher vielleicht überhaupt mitbekomme, ob hier gerade eine Diskriminierung stattfindet. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, weil im EU-AI-Act sind ja auch alle Systeme, KI-Systeme, die Richtung Personalsoftware gehen, als Hochrisikovarianten eingestuft worden. Ist das schon der Stand, wie es sein sollte? Muss man darauf achten? Sollte da noch mehr drauf geachtet werden, vielleicht sogar noch mehr zu regulieren? Oder sind wir dann wieder in diesem Balanceakt zur Innovationsfähigkeit? Ja, zunächst erstmal glaube ich, dass das ganz wichtig ist, dass es tatsächlich auch eine unabhängige Prüfung dafür gibt. Wir haben über den TÜV-Verband eine Umfrage gestartet und 80 Prozent der Befragten in der Bevölkerung haben gesagt, ja, wir möchten gerne eine unabhängige Prüfung. Wir brauchen ein Regelwerk, damit tatsächlich dieses Vertrauen, was wir da reinsetzen, auch gewährleistet ist. Ich denke, das ist erstmal schon mal ein gutes Signal. Und dann muss man es tatsächlich auch abstufen. Nicht in allen Bereichen ist es gleichermaßen kritisch. Also wenn ich mir beispielsweise das Bankenwesen jetzt anschaue, wenn ich ein Formular ausfülle und das durch eine KI einfacher ausgelesen wird, ist das glaube ich noch nicht das Problem. Wenn ich aber einen Kreditantrag vergeben möchte, dann brauche ich ganz sicherlich auch noch andere Skills. Und in dem Bereich auch andere Ansätze zu sagen, okay, hier ist aber eine Grenze. Deswegen muss man sich das sehr sorgfältig angucken. Und ich glaube, da müssen wir schon noch was tun an der Stelle. Da sind wir sicherlich noch nicht am Ende dessen, was wir uns vorstellen, wie tatsächlich das Regelwerk und auch die Überprüfung dann mal stattfinden sollte. Ja, das ist so. Wir begrüßen das sehr, dass die KI-Verordnung vorsieht, dass die Arbeitswelt, sage ich jetzt mal, Stichwort Bewerbungsverfahren und andere Bereiche in den Hochrisikobereich klassifiziert werden durch die KI-Verordnung. Das finden wir richtig. Am Ende muss das aber natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Und da ist es glaube ich wirklich wichtig, dass wir nicht nur darüber nachdenken, wie wir das regulatorisch angehen. Auch das wird natürlich ein Thema sein. Aber dass wir uns da auch wirklich die betriebliche Praxis anschauen. Und ich will mal ein Beispiel nennen, tatsächlich aus der öffentlichen Verwaltung. Auch da haben wir ja die Frage, wie und unter welchen Bedingungen und mit welchen Standards und unter Berücksichtigung von welchen auch ethischen Fragen wollen wir eigentlich oder können wir eigentlich mit KI in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, wo es ja um hochsensible, persönliche Daten von Menschen geht, die meistens ja auch noch in einer sozial schwierigen Lage sind, wo es um die Frage geht, wird Arbeitslosengeld genehmigt, wo es um die Frage geht, wie wird die Rente berechnet und so weiter und so fort. Das sind ja alles Bereiche im Zuständigkeitsbereich des Bundesarbeitsministeriums, wo wir es mit unfassbar vielen Daten zu tun haben, wo KI uns wirklich helfen kann, wo es aber gleichzeitig auch darum gehen muss, dass wir wirklich Standards erarbeiten. Wie schaffen wir es, dass eine KI-Einführung in so einem hochsensiblen Bereich eben diskriminierungsfrei, unter Berücksichtigung ethischer Standards eingeführt werden kann und da haben wir mit den Behörden in unserem Zuständigkeitsbereich in gemeinsamer Arbeit Leitlinien entwickelt, die jetzt auch veröffentlicht worden sind und die jetzt angewandt werden bei der Einführung von KI-Technologien und das kann auch ein gutes Beispiel sein für viele andere Bereiche, aber das ist natürlich auch ein lebendes System, weil wir sprechen ja auch von einer Technologie, die sich weiterentwickelt und nicht im Status quo verharrt, deswegen ist das auch eine dauernde Aufgabe, die immer wieder aktualisiert werden muss und immer wieder diskutiert werden muss mit allen Beteiligten. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass wir unterschiedliche, selbst wenn wir persönliche Daten im Hochrisikobereich haben, aber wenn man auch über Technologien nachdenkt, wie eben autonomes Fahren, auch hier ist es natürlich erforderlich, die verschiedenen Level der Gefahren auch sinnvoll abzustufen und auch die Prüfung zu haben, tatsächlich kann ich das einsetzen oder kann ich das nicht einsetzen. Ich denke, einige werden die Beispiele im Kopf haben, wo das eben auch in der Vergangenheit in Tests das ein oder andere Mal nicht funktioniert hat und das muss man natürlich ganz klar auch regulatorisch und auch über die entsprechende Technologie in der Prüfung unabhängig festlegen und regulieren, ganz klar. Wir haben heute gar nicht mehr so viel Zeit, um so viel mehr noch weiter zu diskutieren. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht noch so einen Aspekt, der Ihnen im Herzen liegt, zu sagen, okay, das sind auf jeden Fall Themen, die wir in Zukunft nächstes Jahr wirklich beachten müssen, wenn wir über dieses Thema KI und die Arbeitswelt sprechen. Ja, zuallererst die Lernkompetenz. Das ist das, was ich eigentlich nur jedem sagen kann, der heute im Unternehmen ist, der sich interessiert, gerade auch junge Menschen. Wir werden lebenslang lernen und das Lernen verändert sich und die Arbeitswelt verändert sich und KI ist nur ein Teil davon und an der Stelle müssen wir auch als Unternehmen und das tun wir auch ganz anders auch daran gehen, unsere Menschen zu qualifizieren und eben auch nicht nur Reskilling, auch Upskilling machen und ich bin ganz froh, dass wir gerade im Ingenieurstechnischen Bereich unglaublich viele neugierige, kreative Menschen haben, die sich da mit großer Motivation einfach auch für interessieren und einbringen und das kann ich nur sagen, ganz spannend, das wird sicherlich gerade im nächsten Jahr, wenn wir hier auch mit der Regulatorik noch einen Schritt weiter kommen, wird das ganz, ganz spannend werden und wir geben Gas, dass wir hier auch die Menschen entsprechend ausbilden. Ich würde sagen, KI als Innovationstreiber und als Chance verstehen und gleichzeitig aber wirklich das Thema Transparenz in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, am Ende ist es wirklich entscheidend, dass wir zu Regeln kommen, die unseren Wirtschaftsstandort stärken, aber die eben auch dazu führen, dass die Menschen in diesem Land immer noch unterscheiden können zwischen Mensch und Maschine. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir ein entsprechendes Vertrauen und auch einen entsprechenden Umgang mit KI in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt haben. Vielen Dank. Dankeschön für diesen Talk, für dieses Gespräch.